Jetzt kommen wir zu einem Gastronomen, der ebenso häufig wie die Meta Hildebrand in den Medien stattfindet. Und zwar schon wesentlich länger. Es ist der Rolf Hiltl, der von einigen auch gern den Veggie-Papst genannt wird. Er und seine Familie sind mit diesem Gastro-Konzept seit Jahren so erfolgreich unterwegs, dass sie ständig expandieren. Das jüngste Baby ist nämlich das Lokal in der legendären Zürcher Silpost. Die Eröffnung wurde im grossen Stil gefeiert, natürlich auch mit uns. Champagnertaufer für das mittlerweile siebte Hekellokal. Der Erfolg scheint nicht abzureissen. Dabei war der vegetarische Frühstart alles andere als ein Selbstläufer. Ich habe einfach nicht gedacht, dass das Vegetarische und das Vegane so hochkommt. Damals, 1998, zu Gründerzeiten, war der Hiltl der Wurzelbunker. Gestern waren die Grasfresser und heute ist sie im Trend. Ich denke, mein Urgrossvater würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das sehen würde, wie das heute abgeht. Dem Opa würde das wohl gefallen. Rolf Hiltl macht den Vegetarismus erfolgreich und sich selbst zur Marke des Erfolgs. Ich würde schon sagen, das Wichtigste ist, dass man sich klar profiliert und abgrenzt und weiss, was man will und wer man ist. Dass man das auch durchzieht und nicht alle drei Monate den Kurs wechselt. Und der Rolf Hiltl ist natürlich jemand, der das nicht nur er, sondern schon seine Generationen vorher haben das gemacht. Und er hat natürlich auch noch den zweiten Aspekt und das ist eine Marke. Er ist heute eine Marke. Er garantiert Qualität. Er garantiert Professionalität. Und wenn man ihm auch etwas zuschaut und zuschaut, er ist einfach auch Leidenschaft pur. Und das ist es. Erfolgsrezept Nummer eins also. Mit viel Leidenschaft an der eigenen Marke festhalten. Absurderweise heisst das, es ist genug Fleisch am Knochen, dass sogar die nicht-vegetarische Prominenz gerne dabei ist. Also ich bin alles andere als ein Gourmet. Ich finde es gut, wenn man fein gekocht wird. Ich finde, vegetarische Sachen sind gesund, aber ich sage ja genau, auch so gut, ja zu Fleisch. Und im Hiltl gibt es ja auch Fleisch, nämlich Vegifleisch. Ob das absurd ist oder nicht, das müssen andere beantworten, aber es ist eine Tatsache. Erfolgsrezept Nummer zwei. Tradition und Altbewährtem. In jedem neuen Betrieb braucht es auch Innovation und eine gute Prise Ehrgeiz. Ja, also wir sprechen natürlich insbesondere Pendler an. Es ist eine eine Anlage. Und haben natürlich unser Buffet mit 90 Spezialitäten. Heiss und kalt. Dessertbuffet. Speziell da ist sicher, das sieht man hier im Hintergrund, wir legen sehr viel Wert auf Kaffee, auf ganz guten Kaffee. Ich weiss nicht, ob ich das so sagen darf. Unser interne Ziel ist, dass wir mehr Kaffee und besseren Kaffee verkaufen als Starbucks, wo ja gerade neben dran ist. Und hoffen wir natürlich, dass wir das erreichen. Erfolgsrezept Nummer drei. Ein gutes Gefühl für das Ambiente und eine sorgfältige Wahl der Location. Es ist ein unglaublich tolles Gebäude mit einer Geschichte. Es hat die beste Adresse. Es geht neben dem Bahnhof. Und ich finde es schön, dass man viel Alts hat stehen lassen und etwas Neues darin gebracht hat. Ich finde es ein sehr gelungener Mix vom Gebäude her und natürlich auch was zu essen angeht. Ich finde es sehr gut. Extrem viel Know-How hier innen Architektonisches. Und Highlight vorne die Anzeige, die extra vom Flughafen Köln-Bunn jetzt hier anzeigt, wem der nächste Salat bereit ist. Ein Grossteil des Inventars stammt aus der Sierpost selbst. Rolf Hethl hat sich diverse Tourvalien von der damaligen PTT geschnappt und die Möbel dann über 20 Jahre eingelagert. Und dann ist noch eine lustige Anekdote. Das ist ein PTT-Schild, das dort vorne ist. Das ist draussen gewesen, das offizielle PTT-Logo. Und dann haben sie gesagt, das darf ich nicht haben. Das ist der Anzeigentum. Und dann habe ich gedacht, okay, respektiert. Und dann bin ich nochmal geschaut. Zwei Tage später ist sie in den Mulden gelegen, teilweise kaputt. Und dann habe ich sie einfach mitgenommen. Und so lautet Erfolgsrezept Nummer 4. Die eigenen Ideen mit einer gehörigen Portion Frechheit durchziehen. Egal was andere denken. Das hat sich wohl auch Sven Epinet vorgenommen. Denn offensichtlich pfeift er auf den Dresscode des Abends. Die 30er Jahre. Mein Outfit ist überhaupt nicht 30er Jahre, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe eine halbe Stunde vorher nochmal die Einladung gelassen und gesehen, wow, 30er Jahre. Und ich habe dann gefunden, wenigstens fliegen. Das hat es schon dann gegeben. Wahrscheinlich hat es gelangt, das weisse Hemli mit Hosenträger. Ich wäre näher am Motto gewesen. Aber immerhin ein bisschen fliegen. Ein bisschen, ein Huch 30er ist dabei. Rechtfertigungen sind unnötig, Herr Epinet. Denn was man an diesem Abend von Gastgeber Rolf Hilde lernen kann, auch gegen den Strom zu schwimmen, kann ganz schön erfolgreich sein. Aber immerhin beginning schnappen! cuerpl Er estructur New Untertitelung des ZDF, 2020